und somit herzlich willkommen zurück zu the division hallo 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 ich mache mir erst mal ein bisschen warm weil das wird gerade das wird gleich richtig an alle die die letzte folge gesehen haben die wissen was ich meine wir sind hier wieder ganz am anfang ich glaube wir können durchlaufen so sieht es aus du bist aber nicht hier lang gekommen gerade zu mir oder weil hier bin ich ja hier hier bin ich lang gekommen doch doch hier bin ich auch in klang stimmt jetzt weiß es wieder kann nichts mehr aufnehmen wenn da ist komplett voll bei der mission das könnten wir wollen können wir mal machen ja das heißt basis wir können auch in ein safe rausgehen das ist das gleiche raus warte mal ich wähle meine splittergranate aus da habe ich wieder drei stück also ich habe irgendwie warte mal da waren wir da waren wir eben gerade nicht drin doch hier waren wir doch und was ist da hinten was ist da wenn wir weitergehen aber da sind wir auch weiter gegangen eben gerade ja komm wir gehen hier lang das ist hier eine abkürzung okay alles voll wird mir gesagt alle gegner neutralisieren aber von hier oben wird es leichter ist ja blöd wenn wir jetzt runtergehen guck mal da ja ja dann pass auf dann bleibt du da ich glaube die und kommen wieder hoch okay warte mal warte mal ich krieg sogar ein komm her komm her du brauchst gar nicht runter jetzt haben die uns gesehen okay jetzt kommt der boss von denen oder ja bei mir sehe ich wie die mauer kaputt geht guck mal alter also du kannst ja gerade nicht gucken der schießt das zement weg hier der hat mir gegeben der arsch perfekt perfekt granate hingeschmissen richtig geil siehst du hier was ich meine guck mal der stein an ja die mauer pass auf der typ hat es in sich guck mal jetzt wo die granate landet guck mal ich bin gleich weg ich muss mich heilen einmal so noch eine granate pass auf guck mal wo die gleich gleich landet da kannst du was lernen oh hey die ganze dix ist weg die ganze mauer ist weg ich schieße mal so ein gerüst gerüst gerät nach unten hat nichts gebracht weil es ach der ist geschützt der ist gedeckt scheiße ok scheiße draufhalten 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 agent christian draufhalten der ist gleich weg ich habe auch meine richtige stark ausgewählt und komplett draufgehalten die gefangenen retten der endboss jetzt hier von den ratten der hat was schönes verloren wie es aussieht eine faktor vektor kaliber 45 die ist richtig gut christian wenn du es wenn du es auch hast auf jeden fall nehmen weil dies richtig gut habe ich auch schon habe ich auch schon auf facebook gehört dass leute davon schwärmen von der vektor ich muss erst mal platz schaffen ich wollte schon wieder raus du bringst mich heute noch um also die vektor werde ich nachher noch ein paar mods verpassen das ist noch besser wird und dann kann ich es mal ausprobieren ja jetzt gehen wir erst mal die geisel retten kommst mit digger ich bin dabei im moment ich will nur kurz schauen ob ich das doch noch nehmen kann wo geht es lang warte mal ach so da lang jetzt steppen hoch oder was ja ja ach man wieder in ja mein scheiß inventar hey wir müssen mal rucksäcke finden damit wir mehr tragen können so weiter geht's oder ja warte warte ich muss erstmal erstmal irgendwas wegschmeißen ey ich überlasse dir die ehre meinst du ja das ist eine ehre ja natürlich so hey du ja so ängstlich siehst du gar nicht aus 8000 punkte bekommen richtig geil komm eine runde kuscheln umarmen mich mal da ist was das sind zwei da ist noch einer mit einer franzusen keppi im relativen sinn natürlich ähm 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 also du hast auch das problem mit dem inventar grad oder ja ich muss die ganze zeit schrott zerlegen okay schrott zerlegen ist ja nicht schlimm das ist ja eigentlich auch hilfreich aber ich kann nicht die ganze zeit zerlegen hey ja guck mal hier das safehouse ist nicht weit von hier das ist gerade mal 158 meter weg und dann können wir dort verkaufen oder nicht das ist keine idee doch ähm Stoff habe ich schon so viel das könnte ich eigentlich verkaufen da da ist auch nochmal was auf der anderen Seite nochmal eine Kampfmaske die kann ich alles zerlegen oder verkaufen warte mal die nehme ich mit nichts wird zurückgelassen nichts eine billig graue Waffe vielleicht noch bekommen nein eine Kampfmaske boah naja die bringt aber nicht viel eine Dienstmaske Alter schmeiß die doch weg willst du mich verarschen ähm no way auch weg Kampfmaske Alter ich habe so viele Kampfmasken wow also eine Kampfmaske von von denen war echt gut die nehme ich sogar hat mich jetzt etwas gestärkt Kampfmaske ey so viele Kampfmasken da noch eine und noch eine geil okay Christian ich bin soweit ja äh Straßensperre da steht immer noch diese blöde Mission Straßensperre ja lass uns doch erst mal raus und dann schauen wir mal okay ich bin genau hinter dir sind wir hier reingekommen ja nein nein oder Einsatzbericht entdeckt hier irgendwo soll ein Einsatzbericht sein oder was in 17 Metern hopp oh guck mal da vorne was oh hast du gesehen wie er den Zivilisten abgeschlachtet hat deswegen habe ich gleich drauf gehalten der arme Kerl ey guck mal hier Einsatzbericht komm mal her Feuer das ist ziemlich simpel im Zelt oder was ja man braucht keinen Abschluss von einer schicken Uni um zu begreifen was hier vorgeht dieses Virus wird sich weiter ausbreiten solange infizierte frei herumlaufen und man kann so viele Zäune und Kontrollpunkte errichten wie man will aber das hält es nicht auf oh wo laufe ich rein ich dachte gerade oh oh hey die haben es echt in sich ey einen Schuss und ich sehe schon rot du blöder Alter wer hat dir ins Hirn geschissen alter Stufe 13 ne ja aber wir sind schon Stufe 14 das kann doch nicht so schwer sein weißt du was das Problem ist unsere Waffen sind extrem noch schwach und unsere Rüstung das auch noch weil die schießen einmal und wir haben ja nicht so viele Lebenspunkte ich habe jetzt sogar weggenommen ich wollte mehr Schusswaffenpunkte haben ja und dadurch sind wir als schwächer und da müssen wir mal schauen was wir machen können ey so viele Missionen jetzt die sich von alleine freischalten was soll denn der scheiß ja das hört nicht mehr auf äh wo laufst du jetzt eigentlich hin wir laufen falsch richtig nein Straßensperre ist genau vor meiner Nase achso ich hatte eine neue da jetzt kommen Gegner sogar okay okay jetzt können wir sogar die Straßensperre weitermachen vorher ging das ja nicht warte mal sollen wir das wieder von vorne machen wir hatten das doch schon denk ich gemacht oder nicht wo rennst denn du rein hey rechts ist einer den nehme ich jetzt nimm du die vorne ja ich sehe die halt schlecht gerade äh oben auf dem LKW ist glaube ich noch einer ja ja ich weiß ich sehe ihn aber ich komme nicht an die ran warte ich muss anders ja das ist eine Frau warum sind die Endgegner immer Frauen oh die mich erwischt die alle du blöde Kuh richtig blöde Kuh ey die hat es mir richtig gegeben ey also das Signal das was wir schon mal gemacht haben ich verstehe das nicht dann mach mal ja mach mal ja okay ja das hatten wir doch schon mal oder ja aber jetzt da geht auf jeden Fall da läuft eine Zeit runter ja äh den Checkpoint verteidigen bis die GTF eintritt oh da sind schon welche ja da kommt da kommen sie das ist die gleiche das gleiche wie vorhin boah boah ey lass uns mal ein bisschen reden wer wen nimmt ich nehme dir den rechten hier vorne obwohl ich kann auch von oben besser sehen weiter weg den linken nehme ich jetzt du die sterben gerade so schnell ich kann gar nicht sagen welchen ich nehmen soll ich gehe einfach zum nächsten rüber ja ich merke es bei mir auch so gerade alter 20 Sekunden noch 20 Sekunden noch aushalten oh jetzt kommt eine ganze Welle pass auf geh weg da du stehst richtig scheiße finde ich oh ich hab den aufgehalten der wollte in deinen Nacken rein passt auf dass mich keine hinterlaufen ne von rechts ja alter warst du das ja achtung rechts kommt einer wow ja ich hab den ich hab den das ist der letzte ja aber ein Schuss und ich bin auch weg so er ist weg nähern sich ich kann mich nicht mehr heilen warte mal ich hab hier was für dich warte na jetzt komm runter dann kriegst du Heilung oder heilt das okay ich komm runter ich bin unten da die da dass ich heilen kann ja jetzt kommen die äh ja wieder von links also vorne also ich bin schon vollkommen geheilt danke dir hier bleibst du immer wieder geheilt wenn es okay jetzt ist vorbei ja die kommen ja gar nicht nur einzeln guck mal ja aber das hat ja nichts gebracht der schöne guck mal jetzt kommen viele wo unser heilerkoffer da war ist denn keiner gekommen guck mal da sind drei mit so einem Ding auf dem Kopf mit so einem Rechteck oder sowas auf dem Kopf ja ja es geht doch weg du es steht der Vollidiot direkt vor mir ja das machen die mit mir auch immer yes baby und somit hat Momo Games die Straßen wieder sicher gemacht äh okay ich hab ja ich sammle ja Medipacks ohne Ende echt sind alle verbraucht wahrscheinlich ah inventar voll Hochgeschwindigkeitsmagazin warte mal ich guck mal ob irgendwas in der Nähe noch ah in der Nähe ist noch ein Nebeneinsatz dann ist hier glaube ich ne da ist noch einer jetzt gehen wir erst mal dahin gehen wir da oder gehen wir da lang wir gehen da lang komm komm lass uns doch mal ins Safehouse gehen dass wir endlich mal oder wie lange wie lange haben wir noch ja wir haben noch ca. 10 Minuten das machen wir jetzt die Nebenmission Pass auf da sind die schon jetzt macht uns keiner mehr bist bereit äh ja wo hab ich die scheiß Granate hingeschmissen Lager der Zivilisten erreichen das ist unsere Mission gerade Inventar ist wie immer voll müssen wir nicht hier rüber ja ein Moment einen ganz ganz kurzen Moment aktives Echosignal geordert äh 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 leichte Weste nein 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 kein Aufheg so jetzt hab ich wieder zwei Plätze frei ich komme oh wo bin ich denn reingeflogen Alter auf einmal ja du hast zu lachen ich hab's da reingeschaltet oh oh aber das sind keine echten Schüsse oh man ich kack mir gerade in die Hose hier ist nichts mehr doch da ist ne Leiter du Blindfisch jetzt kann ich mal lachen stay away guck mal was da steht ja ich fand's gerade geil ich hab gedacht wenn das läuft drückst du aufs Echo dass das Echo reinrennt ja dein Plan ist aufgegangen du so Credits Credits und dann nochmal schöne Punkte 15.000 Erfahrungspunkte kriegen wir jetzt jedes Mal Alter ich bin gleich schon wieder Level 15 naja halb ähm guck mal ganz hier in der Nähe ist so ne Drohne ich glaub das ist dann unsere erste Drohne oder warte mal hier kannst du hier kriegst du noch was komm mal her was komm mal her zu mir du hast was vergessen wo ja ich irgendwas lag da noch ich hab's gesehen auf der Karte aber die Drohne war mir wichtiger Überfallmaske ey die ist nicht mal so schlecht auch wenn ich's nicht brauch aber ich muss erstmal Inventar freimachen die ist bestimmt teuer zum Verkaufen oder zum Zerlegen auch gut hm hm was kann ich denn dafür hm was für ein Platz kann ich hier wow na aber meine Lebenspunkte gehen ja extrem runter damit das gibt's nicht weg damit hm weg damit so jetzt wo willst du lang hier entlang ähm ich kann mir bald meine eigenen eigene Rüstung bauen ich hab schon so viel Stoff ja da lang und dann ab ins Fenster nein nicht ins nein nein nicht ins Fenster sorry hä ich könnte schwören ich hab da ich könnte schwören ich hab da eben gerade ein Fenster gesehen ach das spiegelt so ich dachte ich kann da rein wo ist denn das blöde Ding weit weiter oben ich will jetzt runterspringen aber dann komm ich vielleicht nicht mehr hoch nee das kann sein das ist oben ach da oben guck mal da guck mal siehst du das ist eine abgestürzte Drohne die glänzt auch Christian okay guck mal hoch wie viele Sterne da oben sind ja ich seh's kannst du mir einen runter holen Stern ja hä nee lass mal äh da holst du mir halt kein hoch also ich dachte wir sind Freunde also hoch runter weiß jetzt ähm warte mal warte mal wir müssen auf jeden Fall hoch aber ja auf jeden Fall guck mal echt dumm gemacht hier ist eine Leiter die hätte ich jetzt geschnappt und hier hingelegt ja dann könnte ich hoch hast du eine Idee nein kein Plan warte 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 mal ganz kurz analysieren hier ähm jetzt bräuchte ich da hängt sie was okay komm wieder ich rede nur mit mir selber gerade ich bräuchte jetzt den den Greifhaken von Batman also ja toll das bräuchte ich gerade ja wir müssen runter und irgendwie außenrum keine Ahnung ja komm scheiß drauf äh die holen wir uns später irgendwann mal ich bin ganz runter gesprungen auf jeden Fall hat es mir nicht gut getan äh aber hier du kannst hier runter da brauchst du nicht mal extrem weit runter springen kommen die Leiter runter ja ja oh du Fickser weg 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 oh komm schon Bullenschwein sagt er okay alter was ist das für ein Scheiß hier wo sind wir hier gelandet überhaupt ja ganz in der Nähe von der Darkzone ich weiß gar nicht wo du die ganze Zeit hinläufst du bist woanders sehe ich gerade auf der Karte ich such dich ich komm nicht zu dir ich find dich nicht du ich bin unter der Drohne runter gegangen wo die Leiter war wo ich dir gesagt hab durch die Scheibe ja ich bin außenrum gelaufen ja dann bist du selber schuld meinem Glück mein Glück laufe ich gleich in ein Gefecht rein naja was auch immer du brauchst mich gar nicht du brauchst mich gar nicht finden eine Folge ist schon wieder vorbei äh äh ja du kannst noch ein bisschen durch die Gegend laufen ist ja kein Problem die Mission machen wir zusammen aber durch die Gegend laufen ist ja scheiße egal äh meine Damen und Herren liebe Freunde liebe Abonnenten danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und liken nicht vergessen Daumen hoch und kommentieren vielleicht auch nochmal äh und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder ciao meine Lieben und ich hoffe